Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Mikkel! Ein erneuter Vermisstenfall erschüttert die Stadt. Ich bin Mikkel zurück. Welches Jahr haben wir? 1986. Jonas, jetzt meld dich doch endlich mal. Wie soll das gehen? Irgendwo in der Höhle ist ein Riff in der Zeit, oder was? Es lässt dich durch die Zeit reisen. 33 Jahre rückwärts. 33 Jahre vorwärts. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Draußen gibt es zwei Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpfen. Das ist ein Kampf zwischen Licht und Schatten. Die Apokalypse. Es wird wieder passieren. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Willkommen in der Zukunft. Es geht um alle. Deine Mutter, Martha, du allein kannst sie reden. Aber jede Entscheidung für etwas ist doch immer eine Entscheidung gegen etwas. Es muss einen Weg geben, das alles zu ändern. Er will, dass er letzte Zyklus beginnt. Die Apokalypse, sie muss geschehen. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Alles wird auseinanderbrechen. In dieser Welt. Genauso wie in deinem. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Nicht mehr lange. Dann beginnt der letzte Zyklus. Jack. Der Anfang... ...ist das Ende. Und das Ende... ...ist der Anfang. Mickey! Alles ist miteinander verbunden. Zukunft. Vergangenheit. Und Gegenwart.